Das Deutsche Kulturforum vergibt ein Wanderstipendium. Jedes Jahr an einem anderen Ort im östlichen Europa mit einem historischen deutschen Bezug. Dass ich jetzt fünf Monate in einer Bibliothek wohnen darf, ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Es ist ein Reich der Erinnerungen, der Geschichten und Bilder, die in uns leben. Genau betrachtet brauche ich für mein Schreiben zweierlei. Einerseits die Ruhe zum Nachdenken und dann wieder das Unterwegssein, Menschen treffen, neue Erfahrungen machen, das Unplanbare, damit sich das Aufschreiben überhaupt lohnt. Und Litauenflagge, das ist die Memelandsflagge. Weil mein Vater deutschstämmig ist, kommt aus Ostpreußen und ist ein Wolfskind. Mit dem Ukrainerkrieg sind viele Träume runtergegangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für uns predictionen dieenda Krieg, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Außerdem